Hört man nicht gut? Ja. In Victum Trio, auf Facebook leiten, QJ, Danik, Greasy, KS. Ich bin Rapper, Mann. Ja, wo können wir dich finden? Hä? Wo können wir dich finden? In Facebook, in Victum Trio. Du machst Rap? Schön, interessiert irgendwie keiner. Deiner Stelle würde ich jemanden suchen, der für dich schreibt. Denn sind wir mal ehrlich, deine Skills sind erbärmlich. Und schiebst du kleiner weiter deine Film, dann wirst du sterben. Ich komm reingeflexed und deine Ex, sie will es tun, sie bläst mir ein und anschließend kriegt die Kleine mit für dich. Und dann werde ich mich nie wieder melden, Alter, verpiss dich mal, denn sie möchte viel wie was kämpfen. Ey, oh, du denkst, du weißt, teilt mit deinem abgehackten Web. Dich findet niemand außer deine Straßenbande fresh. Du machst offenweise Tracks, Digga, merkst du, was du vorgelegt? Ey, die braucht nur gar keinen Mensch, ich bin jeden Tag schlecht gelaufen. Ich bin so krass, wenn ich mal im Klanz landen sollte, ah ja, dann brech ich aus. Scheiß mal auf dein Bizeps, Spasti, eine Warnung, nervst du mich, werd ich zu G-Lead abdien. Ja, Mann. Oh, wie ballast du? Check den Junk, QJ, Invictum Trio. Invictum Trio, auf jeden Fall, like, no, thank you, support you. Klasse, Alter, ey.